Heilöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 2 Dark Waters. Ja, ok, wir müssen da jetzt einen Wettstreit gewinnen, keine Ahnung was es da geht, damit der Kerl hier als Steuermann aufs Laneschiff sich anheuern lässt. Wünscht mir viel Glück, ich hoffe ihr kriegt das hin. Jetzt bist du völlig übergeschnappt. Und das ist ja recht originell, wie du willst, ich bin dabei. Na dann versuchen wir es halt, dann sind wir halt dabei. Das höre ich gerne. Also, soll ich dir die Regeln erklären? Ich bitte darum, erklär mir die Regeln vor dem Wettkampf. Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrüge Leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Oh Gott. Okay, lass uns anfangen. Bist du denn gut? Muss ich das echt fragen. Bist du denn gut? Na, das will ich meinen. Zeig mir einen hier, den ich noch nicht unter den Tisch gesoffen habe. Hm. Das ist eine Herausforderung. Hahaha, das höre ich gerne. Ähm, wenn ich wahrscheinlich wieder auf Ende gehe, dann ist mir das sauer, ne? Na, geht. Gott sei Dank. Das heißt, wir speichern. Selbstverständlich. Ähm, so. Und so. Ach, dann lass uns anfangen. Okay, lass uns anfangen. Alles klar. Auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Ist klar. Also dann, verteidige dich. Mach schon. Ha! Komm zur Sache. Alter. Mach schon. Alter. Okay. Los doch. Oh. Hoppala. Ey, war das okay so? Äh, ich glaube, ich hätte nicht schießen sollen, oder? Alter, schwere. Au. Ich hab's befürchtet. Hey, das ist gemein. Ich konnte nichts saufen. Kann schon wieder laden, ne? Außerdem war ich schon verwundert. Das ist voll gemein, ey. Ich hätte vorher wie geschlafen können sollen. So, dafür haben wir ja gespeichert. So. Ja. Ja. Entschuldigung. Fängt ja schon super an. Vom Schießen hab ich ja am meisten Schieß. Alter Schwede. Das kann ich überhaupt nicht. so, wir sind angeschlagen. Kann ich noch vorher bei dir pennen? Einer geht noch. Ja, wir müssen einfach raufgehen und hinhauen und fertig. Wo ging's denn hier nochmal schnell? Ja, raus ist die Macht des Meeres. Da. So. Einfach mal hoch. Äh, Entschuldigung. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Ah ja. Sehr schön. Ja, komm, durch hier. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich suche ein Bettchen. Da drüben penschen jemand. Ich suche ein Bettchen. Ich bin frei Beuter und will frei Bier. Scheiße. Es gibt kein Bett. Verlasse dich auf jemanden und du bist verlassen. Dieser Spruch gab's auch schon bei Goffig. Nachts sind alle Katzen grau. Scheißlich. Na, dann muss ich probieren. Boah, der ist aber ganz schön stark, ne? Kann ich vorher noch irgendwas killen, was sinnvoll ist für uns? Ähm, Charakter. Klingen, es wird echt was gehen. Ich mach's einmal. Zweimal wird sich ausgehen. Ich mach einfach mal. Einer geht noch. Und ein bisschen Proviant. Ähm. Oh, ich hab ja fast zuerst was getrunken. Ich bin zu doof. Warte mal, wie schauen wir denn aus? Da haben wir noch genug. Okay. So, dann halt nochmal. Lass uns anfangen. Okay. Lass uns anfangen. Alles klar. Ich übersprich das mal. So. Wow. Alter, du Sau. Äh, was mach ich da? Äh. Au. Mach schon. Au. Äh. Zeig's ihm. Okay, nochmal was trinken. Jawohl. Mach schon. Ah, der pariert so gut. Nicht so krass. Worauf wartest du? Ausweichen. Okay. Oder auch nicht. Wow. Komm zur Sache. Au. Petit, du bist mir da gerade keine große. Los, doch. Aber wir kriegen einen kleinen. Gott sei Dank haben wir hausweise Probiaten mit. Und zu trocken und zu entspannen. Los, doch. Wow. Okay, nochmal trinken. Mein Nase juckt auch schon wieder. Sehr schön. So. Jawohl, jetzt haben wir. Puh, Gott sei Dank darf man trinken. Ha. So. Steh auf, Kumpel. Das war ein guter Kampf. Puh. So, das war das Duell. Jetzt wird gesoffen. Ja. Auf geht's. Großartig. Los geht's. Scheiße. Na, komm her. Willst du es nochmal versuchen? Haha. Hey, echt jetzt? Nein, nein, nein. Du musst mehr treffen als ich. Also triff sie mal. Echt jetzt? Na. Na toll. Ja, sicher. Was war denn das jetzt gerade? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Danke. Lass uns nochmal machen. Lass uns den Wettkampf wiederholen. Von mir aus. Scheiße. Du hast das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust. Ich hätte speichern sollen, ne? Also dann. Warte. Komm zur Sache. Warte. Weißt du was? Ähm. Ich lade's nochmal. Ich weiß, ich bin jetzt lästig. Einmal machen wir's noch. Ähm. Um einfach unsere Ressourcen zu sparen. Grock und so weiter, ne? Ähm. Dann werde ich einfach, wenn er im Staub liegt, werde ich schnell versuchen zu speichern. Ich hoffe, das klappt. Und beim Saufen versuche ich einfach, von links nach rechts alle Flaschen zu erwischen. Boah, das ist echt... Okay. Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Aber das mit Schießen kriege ich einfach nicht hin. Oh, ich hab vergessen. Ich hab vergessen zu skillen. Wieso? Hallo, du sollst trinken. Das ist so ein Affe, ey. Ja, ja. Mach hin. Komm. Mach hin. Ja. Ich kann... Ich kann nix. Das ist ja Wahnsinn. Echt? Jetzt muss ich das noch weiter saufen? Los geht's. Ich will ja gar nicht. Komm, Flasche. Ah, verdammt. Flasche. Gut gemacht. Ja, das mit Schießen kriege ich ja nicht hin. Boah. Ja, 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 ja. Du... All... Bla, 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 bla. Ach, Mensch. Ich versaut das schon wieder. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, hupf in Gatsch. So. Ja, ja. Bla, 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 bla. Ähm, Ende. So. Laden. Das ist echt scheiße. Ich kann's nicht. Fürchterlich. Wahrscheinlich kann ich... Wahrscheinlich darf ich da nicht mehr speichern, ne? Also, ich muss echt schauen, dass ich das Duell gewinne. Boah. Meine Güte. Das war wieder so schlecht von mir. Echt sowas von schlecht. Okay. Ganz übel. Zuerst ein... Also... Total übel. Was schweigen? Worauf wartest du? Was magst du denn? Ja, so ist es gut. Einer. Red dich weg, du Stepp. Konzentrier dich. Worauf wartest du? Das ist eigentlich schon ein bisschen selber, ne? Au. Mach schon. Ja, gleich haben wir ihn. Ausweichen. Ausweichen. Komm zur Sache. Wenn er schlägt, kannst du es vergessen, ne? So wie jetzt, ne? Er weicht da nicht raus. Sobald ich den Angriff gestartet habe, ist er vorbei. Wow. Wow. Worauf wartest du? Zeig's ihm! Alter! 30.000 Kompis, ne? Worauf wartest du? Das weiß ich selber nicht so genau. Auf bessere Zeit, glaube ich. Zeig's ihm! Ja, ja. Alter. Alter. Bt, du, du bist überhaupt nicht hilfreich. Jetzt verbrauche ich mehr, als ich beim... Alter. Ich stehe jetzt endlich. Also. Worauf wartest du? Ja, Alter. Jetzt auch. Boah, jetzt habe ich mehr gesoffen, als beim vorigen, ne? So, kann ich das jetzt speichern? Ja, Gott sei Dank. Ich speichere gleich hier drauf. So. Passt. Jetzt können wir noch hochhelfen. Jetzt können wir das mit Saufen noch probieren. Alter Schwede, ey. Brauche ich fast einen Part für das Ganze. Das war ein guter Kampf. Ja, ja. So, das war das Duell. Jetzt wird gesoffen. Ja, ja. Auf geht's. Prost Mahlzeit. Los geht's. Scheiße. Na, verdammt. Komm, weiter rüber. Ach. Komm, einer noch. Mann. Scheiße. Gut gemacht. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kann ich beim Schießen hoffentlich versauen und dann geht's schon. Nein, 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 nein. Jetzt wird geschossen. Ja, ja. Du musst mehr Treffer als ich. Also triff sie mal. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Alter. Ich erwischt gar nichts. Tja. Das gibt's hier nicht, oder? Er hat eins erwischt. Ja, vergiss es. Das ist ja kläglich. Ich kann das überhaupt nicht. Das mit Schießen ist echt nicht meins. So. Unser Wettkampf ist vorüber. Wirklich nicht. Wollen wir doch mal sehen. Das Duell hast du gewonnen. Beim Saufen hast du mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Haha. Ich halte weiterhin den Rekord. So. Du gewinnst den Wettkampf. Danke. Gott sei Dank. Ich hab dich geschlagen. Ich hab dich geschlagen. Mein Schädel. Sieht ganz so aus, als hätte ich verloren, was? Ja. Oh Mann. Na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Mond an die Haie verfüttert. Benimm dich. Dann passiert das nicht. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Können wir einfach so einen trinken? Ah, nö. Passt schon. Das obere. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Hä? Wünsch ich dir auch, Käpt'n. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine sieben Sachen zusammen habe. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. Passt. Dann mach's gut. Alter Schwede. Schnell speichern. Aber ganz, ganz schnell. Du liebe Zeit. Das hätten wir schon mal. Gut. So, jetzt brauchen wir noch Proviant. Jetzt müsste normalerweise dieser Rick schon wach sein. Boah, ich hab jetzt so viel weggesoffen, ne? Das mit dem Duell lief diesmal nicht so gut. Ich hoffe, der Rick ist schon wach und ist wieder am Arbeiten. Das würde mir grad sehr gefallen. Wahrscheinlich pennt er noch im Lagerhaus. Jo. Sieht ganz so aus. Dann gehen wir doch mal zum Lagerhaus. Und wecken ihn mal. Vielleicht hilft's ja was. War das nicht hier? Ach, Schmarrn. Da musste man hinten rauf. Boah. Stimmt. Herrschaftszeiten. Da musste man hinten rauf. Genau. Oder bin ich da verkehrt? Warte, ich luk mal kurz nach. Luk, luk, luk. Äh, ein alter Freund. Genau, Eldrick hat sein Geschichtel. Stalberts Artefakt. Stalberts Geist. Andigua normalerweise. Nachschub aus Dakarigua. Schatz vom Weststrand. Den müssen wir auch noch suchen. Waffen. Legendäre Gegenstände. Äh, was? Die Schatzinsel. Die Schatzinsel. Waffen. Seelenrufer. Gefunden. Wenn ich den Griff finde, kann ich es... Ach so, ich weiß schon. Genau, die seltene Waffe. Genau, das sind die legendären Gegenstände. Ähm, hm. 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 Der Gierige. Ähm, okay. Keine Ahnung. Ein alter Freund. Ach hier, die Brut. Geflügelt Jungeheuer. Ach so, das waren die Eier oben, ne? Die zu finden sind. Und hier überhaupt alle Gargoyles umhauen. Was? Sieben Stück müssen wir noch umhauen. Da haben wir was vor uns. Irgendwie findet ihr aber gerade die Quest nicht an. Wieder mal. Also, es kann nur Riggs sein, glaube ich. Der hat hier den Proviant und alles über. Und der müsste mal da oben pennen. Mal schauen. Ob wir ihn sprechen können. Zumindest pennen da noch. Du, Rick, steh mal auf. Ich hab da vielleicht was für dich. Ich hab da vielleicht was für dich. Die Kamera, ne? Warte. So, jetzt. Am Ende des Strandes im Westen soll ein Schatz vergraben sein. Am Ende des Strandes im Westen soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafen Kai bringen lassen, Sir. Sehr gut. Fast. Noch was? Was wirst du als nächstes tun? Was wirst du als nächstes tun? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist alles so aufregend. Ich glaube, erst einmal werde ich mich auf meine Schatzsuche vorbereiten. In ein paar Tagen breche ich dann auf und werde dieses Drecksnest weit hinter mir lassen. Pass auf, Piratenwelt. Hier kommt Captain Rick. Hoffentlich verreckt er nicht dabei. Eines Tages werde ich auch ein Captain sein. Okay. Na, sind wir fertig mit ihm. Alles klar. Das hätten wir schon mal. Super. Dann hauen wir wieder ab. Dann fehlt jetzt nur noch eine Kanone. Ne? Ja, toll. Wo kriegen wir jetzt eine Kanone her? Vielleicht von dem einen Schmiede-Typs-Typi-Dingens. Oder hier vielleicht der hier. Sind wir hier schon eingestiegen? Also ich meine, haben wir den schon ausgeraubt? Ah, bonjour mon Capitän. Willkommen in Antigua. Darf ich euch einladen zu begutachten, meine exquisiten Schusswaffen? Ich bin sicher, ihr werdet zufrieden sein. Ein Franzosi. Hast du einen Sprachfehler? Boah, ist das gemein. Gerne. Was hast du im Angebot? Hast du einen Sprachfehler? Alter, hast du einen Sprachfehler? Hast du einen Sprachfehler? Oh, ich sehe schon, wir haben hier einen Grobian. Ich hoffe nur, dass euer Sachverstand nicht so schlecht ist, wie euer Benehmen. Ich habe ein ungemein reichhaltiges Repertoire, das ich auch trotz des Handelsverbots anbieten kann. Oder ich kann meine Kunst des Pistolenbaus an euch weitergeben, wenn ihr genug Gold habt, bien sûr. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Und der Part ist ja auch wieder zu Ende. Na gut, dann würde ich sagen, dann tun wir mal auf Ende. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen wieder bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.